Ja, mal wieder ein weiteres Battle von Hearthstone, letzte Woche gegen Laurin, jetzt gegen den Basti, hallo Basti Hallo Ja, äh, ja, wir machen wieder Best of 3 V gegen Laurin Und, heute ist nämlich mal mein Mario, der kann man im Deck noch ein bisschen optimiert, noch ein bisschen gespielt Mh, ich weiß nicht, ob ich Mario gespielt habe, ich jedenfalls Arena gespielt mit dem Paladin, glaube ich, weil er nur scheiße zur Auswahl stand sonst Ich glaube, dort war noch ein Jäger zur Auswahl und ein Hexenmeister, da war der Paladin noch das Beste Ja, ich nehme mal die Magic her, wählen Ja, rasiere Bart ab Mische Dicks Mentale Vorbereitung Oh, ich hoffe, ich krieg's diesmal hin Ich hoffe, ich vernichte dich Jaina spielt noch voll viele online, ja, aber das Ding, da ist sie auch ein bisschen OP, ne? Ja, die ist OP gemacht worden am Anfang, also, die wurde auch schon runtergeschraubt, sie ist trotzdem OP Ja, ich hab von Moonday gesehen, da war sie noch besser Da hat die Ding noch zwei Damage gemacht, die Feuerbeine Äh, ja, das kann sein Ich mein, ich war so beim Moonday im Video, das ist schon ein bisschen länger her, nämlich deswegen Gut, schöne Start, Hand, bin ich zufrieden, ne? Ich nicht No, das ist eigentlich, ja, jetzt machen kann ich auch nix, aber Obwohl, doch, ich kann was machen Gülisch Na, ich gönne mir halt mal, ne? Wie jeder zum Anfang, ne? Ja Ja Ich krieg's hier wieder Ich krieg's hier wieder Ich krieg's hier... Da ist auch mal drei Schaden Du Schurke Du bist doch Schurke, oder? Ja, ich bin Schurke Ähm... 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 Mich stört immer, wenn die was mit Spott legen. Das hasse ich. Oh, Alter, ich hab noch Keks im Hals. Das Keks-Monster. Pass auf, wie eine nettige Karte. Ich hasse dich. Ich hasse diese Karten. Ob so, du hast kein reines Murloc, sondern... Ragequid. Ich hasse diese Karten. Murloc, der kann Lorien erraten. Gegen das Murloc, der habe ich sogar gewonnen. Ja? Ja, aber nicht eine Ausnahme. Perfekt. Da hab ich bestimmt so ein Ohr-Powered der Kacke wieder hier. Was ist Verstohlenheit? Nimm das! Verstohlenheit, du kannst das Vieh nicht angreifen. Geschweige denn mit Zaubern angreifen. Solange es nicht selber angegriffen hat. Ach so, okay. Ja, den habe ich auch immer in meinem Deck. Ich weiß noch nicht, in welchem. Ich glaube auch im Schurken. Ich habe auch im Schurken Deck gemacht. Äh, so. Nicht zum Vergleich zu mir. Das sind die Sachen, die dir richtig auf die Eier geben wird. Ja, ich habe auch noch Sachen, die dir richtig auf die Eier geben werden. Sag ich dir. Aber ich glaube, die spiele ich jetzt immer noch nicht. Nö. Äh, sag mal, nimm mal immer das hier. Das war's. Ja, die Karte, die würde ich auch gerne in meinen Schurken Deck haben. Kann ich aber leider nicht. Mann. Ja, kann ich mir leider nicht machen. Aber ich bin da gut gesichert. Hehehe. Ähm. Das könnte ich Communications differentiate, glaub ich. Äh, warte mal ab. Du wirst noch sehen, ich werde die Karte so aufpushen. Was soll ich nur tun? Von dir ab, ich kann nicht in deine Karten reingucken. Nein! Nein! Ich dachte, die Karte gar nicht von den Zaubern hab ich. Aber Feldzauber anscheinend schon. Fuck! Fünf Schaden! So, was kann ich das klopfen? Ja, das ist gut. Mach dich nicht. Denn jetzt... Nein! 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 Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst! So, das war's. Du spielst auf jeden Fall dem Mager schon mal richtig. Sie werden nicht wissen, wie Ihnen das steht. Das war billig. Du wirst dich freuen, was ich mit der linken Karte jetzt gleich mache. Dass ich dich freuen, was ich jetzt mache. Nein! Ziemlich. Ja, greif ruhig stehen an, greif ruhig stehen an. Mir ist das scheißegal. Moment. Beide von Arsch. Du Arsch! Das ist kacke! Der macht mir jedes Mal drei Damage, alter. Dann mach ich jetzt anders. Oh Gott, der Schild. Geht auch auf die Eierweißer. Der ist leider im Dienerfluss für Angriff. Komisch, der ist im Fluss. Au! Nehmt das! Ne Assi-Karte habe ich immer noch auf der Hand, ey. Sie würde dich sowas von nerven. Das Gute ist, dass der Ding kann zweimal angreifen. Ach, Windsturm oder was? Ne Windsturm hat's nicht, aber es hat Gottes Schild und kriegt keinen Charme am ersten Angriff. Hm. Deshalb? Hä? Dreck. Hm. Das, warum benutzt du eigentlich deine Heldenfähigkeit nicht? Weil, weil ich nie mehr genug dafür Platz hab. Na gut. Ich hab zwar immer nur drei, jetzt grad nur drei Karten auf der Hand. Ich hab's fünf. Boah, ich werd sowas von losen gleich noch. Dich schon kommen gegen Magier. Nein! Boah, haben wir noch einen. Ja gut, jetzt interessiert's mich nicht mehr. Ich hab' mir zur Seite! Bereit, mein Herr! Na ja, die Waffen machen nicht so mega viel Damage, ne? Äh, meine Heldenfähigkeit? Ja. Boah, der Heldi ist eher so zum kleine Diener kaputtmachen. Naja, eigentlich so wie meine Heldenfähigkeit, ne? Deine Heldenfähigkeit, äh... Deine Heldenfähigkeit, äh... Ja, mach, mach genauso viel, mach genauso viel Damage, haha. Ja, aber mein Helden zumindest, äh, zwei Züge. Ich werde euer Tod sein! Doch, stimmt. Hm. Hm. Ja, haha, haha, haha. Ich werde euer Tod sein! Ja? Naja, was ist gut. Äh, ich, äh... Jetzt lau mich nicht voll, da! Wie, wie, wie kann man denn was sagen, wenn ich... Rechtsweg auf deinen Helden. Ach so. Meine Augen sind offen. Ich werde euer Tod sein! So... Ja, die Karte hatte ich mal in meinem Kriegerdeck. Oder Schamanenleck war's, sorry. Ich weiß es nicht mehr. Nein. Hast du an stumm Karten, ne? Ich hab noch eine. Hast du sie? Kannst die zwei Karten kaputt machen. Es ist scheißegal, welchen du kaputt machst. Mach so oder so beide kaputt. Jo. Hä? Da ist ein bisschen aufräumen hier. Wirst dich noch freuen. Ja. Warte noch ab. Wegen sagst du nicht wie lauern die ganze Zeit? Ich hab eigentlich schon verloren. Mh, hm. Und haut dann irgendeine Porno-Karte raus. Äh, nein, mach doch nicht. kann ich nicht ausspielen und das wäre eine verschwendung wenn ich die karte jetzt ausspielen würde wäre das so eine verschwendung die karte ist das kacke epischer waffe eher gesagt ja alles auf dem mann hier eine auf die folie die karte oh mein gott nachdem ich bin jetzt aus frag mich ob du es jetzt vergisst Nenenene Schade So Ich hätte das zuerst gemacht Ja, ich habe abgelaufen, dass der Ango die einfach trifft Ah, jetzt ist es Verschwendung trotzdem Ja, auf der Hand ist es auch Verschwendung, weil ich die jetzt spiele Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern Fuck Genau eins falsch Unsere Runde dauert länger als die mit Laurin Ja, Laurin ist so ein Speed-Künstler Mit Laurin waren jetzt schon alle Runden rum Ich habe echt mit Laurin für alle drei Runden, glaube ich, zwei Minuten gebraucht oder so Ah, ne, war ja nur zwei War ja nur zwei Dann war er vorbei Ich habe schon mal gegen Laurin gespielt, da hatte der irgendwann keine Karten mehr Warte mal, ich bin gerade Na Na, na, ja Der Frostwolf-Klan ist bereit Das war's Vielen Dank Zwei zu meinem Strich Jetzt zeige ich dir die Karte, die ich mir finde Naja, jetzt komms Aber warte Aber warte So geil Die Nacht bricht heran Bail, falsch Warte Fehler wurden begangen Kacke Wie, wie, wie kannst du immer was sagen mit deiner Tante Echtes Klick auf deinen Helden Achso Dann kannst du auswählen, was du haben willst Meine Magie wird euch in Stücke reißen Ja, ich wohne von der Karte spricht, Alter Du hast scharf Ja Oh, ein bisschen zu spät Ja Das wäre jetzt episch, wenn die Karte so auf sich selber auch hinwirken könnte Auf mein, auf mein Helden scharf, dann noch ein Leben Ja Äh, dann mach ich ihn jetzt Du bist auf jeden Fall eine Runde, wirst du noch überleben Das ist schon mal klar Ja, das ist schon auch klar Wir haben genau gleich viele Karten Jaja, 1-1 ist immer noch gut Hab ich ihn mal eingesehen, der hat mit einem Schaf den ganzen Helden 30 Schaden zugefügt Dein Schaf ist aber tot Das war eine Verschwemmung, ich hab noch 4 Mana So, ich muss gleich am besten was mit Spott ziehen, ey Wie gesagt, ich hab nur ein Deck Oh, das ist eigentlich relativ... Komm, komm, komm Jetzt kommt's Verstraten, hast du ein Falsches gezogen, oder? Der Frostwolf-Clan ist bereit Zählt das für dich zur Kategorie falsch? Ja, normalerweise setzt man die erst später ein Ja, was soll ich denn jetzt machen, du Clown? Ich weiß was Du bist noch nicht tot Schilde hoch! Die finde ich immer auch gut Ja, die geben auch immer auf die Eier, ey Du wirst noch... Also wenn du jetzt nächste Runde nicht eine Karte ziehst, womit du alle meine Diener kaputt kriegst, dann... Das hab ich gewonnen Oder was mit Spott? Was ist... Oder was mit Spott? Ja Du hast was mit Spott Nein Och man, du zögerst es doch nur hier raus Das war's Das war's Eine Angemütlichkeit bleibt mir nicht Doch, du hättest... Ja, wohl, ja Auf deinen Helden bringt nichts mehr auf den anderen auch nicht Warte, ich zeig dir jetzt, was du dir Warte, ein Schaden? Nein, es funktioniert nicht Ah, schade aber auch Ich wollte grad meinen Diener kaputt machen, damit es zu erschienen Ja, weil... Meine Fresse, kann man nicht einfach was Gutes ziehen Ich habe es so oder so verloren Guck mal, wenn ich jetzt... Ich könnte nicht mal, Alter, die Diener zerstören Weil wenn... Wenn dein Link... Deiner Links jetzt verreckt Dann, äh, killt er mich Und wenn die... Und wenn ich den nicht töte, killt er mich nächste Runde auch Ich kann's auch in anderen, äh, äh... Ich will die nächste Karte erstmal sehen Hm Kannst es ja nicht killen Nö, er hat das aber auch, wenn ich ihn mit meinem Dings jetzt killen Ähm, äh, meine Heldenfähigkeit Dann macht er mit zwei Dammit Die anderen von den beiden Ja, klar Aber wenn ihr mich dabei schlägt, dann bin ich auch im Arsch Naja, hau ich demnächst rum Das war's Das war's Leg diesen Apfel auf euren Kopf Das war's Uah, da la 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 damn Level 22 Level 6 Level 6 Mit Magier, ne? Oh, friert alle feindlichen Diener, hab ich freigeschaltet du hast noch gar nicht alle karten freigespielt dass ich ihn nicht wenn du das noch nicht hast dann so jetzt das zweite besser steht denn ich bin wir die maria ich hoffe du siehst das scharf nicht so früh ohne versammelt nicht an dem maria rasiere bart ab besteche wächter mentale vorbereitung besteche wächter miche dekst so let's go normalerweise wird mich magier locker platz machen wie immer das steckt das ist sogar gut die hand ist gut wer fängt an ich ja das kennen wir doch von eben ich zieht immer am anfang das sind diese karte eigentlich eigentlich müsste man bei dem lp oder battle hier in meine facecam einbauen damit ich ihm mal irgendwelche reaktion zu karten zeigen kann ich kann nichts dazu zu sagen oh mann oh mann willst du noch mehr spott aufdrucken oder ohja ich brauche mein ganzes feld damit vor jetzt ja das das gute ist du kannst tatsächlich mein held jetzt immer weiter angreifen weil ich ein von den dreien immer angreifen muss du musst nicht mal meine diener kaputt machen verdammt ich hab's ich hab' in ganz ähm äh nein schade die hellen Fähigkeiten beim Typgeber feiern das wäre cool, weil die jedem Feind einen Schaden zufügt hmm, warte mal ja, dann mache ich das Dies ist unsere Stadt Hau ab! Ich hoffe, dass euch eine Erzählung bringt Die... die springen in jemandem geilsten, ne? Dies ist unsere... Das ist eine coole Kombo! Oh ja! Mech schon! Ja, leider habe ich diese Katze nur einmal entdeckt, das ist kacke Habe ich Devias-Fu oder habe ich zweimal drin? Ist da ein Führer hier? Äh... Rädels-Führer, du Heiliger Welche Karte entscheidest du dich? Ja, nicht für die, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon setzen soll Du meinst, dass jeder von meiner Karte einen Schaden bekommt, ne? Ne... Bin schlechter noch... Aber die habe ich auch, die du meinst Man... Gut, man kann hier die Map von uns stellen Ja, ich weiß nicht, warum klicken, ne? Ja... Wenn einem langweilig ist... Ich weiß auch, die hat es sein, wenn du mal überlegst Ach, komm Äh... Ihr hätt' ich mir aufgespart Der wusste auch nicht, weil es ist, das haut gleich mal die ganzen Alle meine Typen wieder weg und dann bin ich auf dem Marsch Kostet meinen Stahl Öh... Hm... Ich bin über den, ne? So... Die Sporttypen, halt, die von der ersten Runde an, jetzt, ne? Hm... Ich krieg' jetzt noch Freund Oh, jetzt ne große neue Karte Oh... Gutes, die machen keinen Schaden, ne? Ne... Aber trotzdem für ne 1-Mana-Karte echt nice Dreck am Anfang 2 Sportkollegen erlegen Hm... Am Anfang ist die immer so groß Das war's Sorry, die Karte ist echt kaputt Äh... Ich hätte mit meinem Sporttypen noch angreifen können Hoho... Kann man mit dem Angreifen mit Null Schaden? Ne, oder? Oh, jetzt erstmal was? Ja, was ist? Kann man mit dem, äh, mit dem Sporttypen mit Null Schaden Können nicht mit dem Angreifen und dann Null Damage machen Aber selbst Schaden kassieren von dir? Ne, oder? Ich hab' das noch nie ausprobiert, ganz im Ernst Das ist noch mal ausprobiert Wenn ihr das nächste Mal mit Null Ding, äh, links habt hier Probier's mal aus Die Nacht bricht herein Alter, geh mir auf den Sack, Alter Ich fahr' lieber Verstohlenheitskarten raus Damit ich deine Karten da gar nicht kaputt machen kann Wenn ich die, die jetzt ganz links, die deinen Karten Verstohlenheit bringt Wenn ich die zerstöre, hast du die Verstohlenheit weg? Nein Ist ja blöd Dauerhaft, bis ich die nicht angreife Und Verstohlenheit bringt, dass ich die nicht angreifen kann, ne? Dass du die nicht angreifen kannst, ja Ich fahr' mich ob... Stell' mal vor, du hättest ein ganzes Deck mit Verstohlenheitskarten Hm Das gibt's auch noch So Mag das nicht Ich mag diese Karte nicht NEIN Hehehe Ah, kannst dich nicht angreifen Ja, macht aber und sucht damit wahrscheinlich auf seinen Helden Ähm Ah, kacke Oh Das ist natürlich neus Silbermonds wird nicht fallen Schilde hoch Das fand ich grad neus Oh ja Jetzt hat er Sport nicht, kann ich nicht angreifen, ey Was? Jetzt hat er Sport nicht, kann ich nicht angreifen, Alter Was? Musst du angreifen? Ja, aber ich kann... Er hat noch Verstohlen nicht, kann ich nicht angreifen, richtig anders Ja, das hebt sich gegenseitig auf Ach so, gut Du kannst also das 1er-Viel kannst du angreifen Du kannst also das 1er-Viel kannst du angreifen Ne, stimmt Ach, ich würd das lieber angreifen, bevor du dann... Ja, ich muss den eh zerstören Ne, kann ich nicht Kannst du nicht? Ne Du kannst... Du musst den annehmen Ja, muss ich ja klar Die kannst du übergehen, aber sowas Na, aber den anderen muss ich ja wieder unterstören Oh fuck, wie mache ich das jetzt? Geiße! Kannst du so machen Oh man, Alter Mies, ne? Das ist ne richtige Pisskarte, ey Ich mach's lieber direkt Bereit, mein Herr Das ist echt ne miese Karte, Verrat Oh ja Steh dir das mal vor, mit zwei richtig fetten Karten Und die nur 5 leben Und die mittelste Karte hat 5 Angriff Bom, weiter weg Nur meine Karten Jetzt kommt's Na gut, sie hat einfach eine Spottkarte kaputtgekriegt So Der Frostwolf-Clan ist bereit Frag ich echt nicht Ah, du hast kein Marder mehr, jawoll Ja, du... das hätte ich dir in der Mitte umhauen können mit Gottes Schild Eine Marder schild hat aber Gut Ich würde jetzt aber den den kleineren kaputt kriegen können mit den zwei Schaden Ja Ah Warte Oh man, Alter Ich hab mir grad selber 5 Schaden reingepfiffen, das war falsch Mh Nein Nein Nicht im Ernst, ich muss jetzt beide Diener dafür opfern Oder nur einen Hätten Hund sollte man nur einmal im Deck haben eigentlich Nimm dich So, ich mach nur zwei mal Hehehe Nimm das! Deine... deine Heldenfähigkeit find ich echt geil, ey Ja, deswegen hab ich schon Schoken gewählt Ähm, ähm, Magi hat irgendwas geilere Deck find ich Ja, hat auch geilere Karten Und der hat die geile Fähigkeit Die Karten, die ich jetzt auf der Hand habe, die hätte ich für... der Waffe benutzen sollen Fail Oh man Geht's im Ernst? Aber ich kann auch selbst damit machen Ja, mit der Karte, wenn du die als Priester hast, ist die Karte OP Das kann ich immer wieder hoch halten Stimmt Stimmt, das ist ja richtig geil Oh man Hehehe Wie wenig kannst du dich angreifen Aber ich kann das hier machen Falls du angreifen solltest, hättest du keine Überlebenschance Hä? Wenn du jetzt angreifst, ähm, kann das viel nicht überleben, zum Glück Mhm Bei Pauro wieder Glück, dass ich die Karte gezogen hab Oh, die andere Fächer dauernd Oh, die andere Fächer dauernd Na klar Wenn du jetzt, wenn du jetzt cool kürzen willst, äh, ja oder so Ich hab mich lieber direkt angreifen Jetzt noch ne dezente Überraschung für dich Oh ne, ne, ne hast recht Das war's Wolltest du mich hier veraschen, oder was? Wolltest du mich hier veraschen, oder was? Dafür hab ich die hier Oha Ich dachte schon Schön wär's hab ich Ich hab sie zweimal am Deck, ne? Das wär natürlich geil Das behinderte sich zieh grad richtig gelegert Und die sind nur zum Auf- und von anderen Dienern Ja, ich hab auch eine Kartenverdiener gerade Geht auch Ich hab mir bitte schon was für dich So ein Schaden kann ich mir jetzt auch einfärfen, das ist mir scheißegal Okay, es wird echt knapp Oh ja Ich hab kein Dinger-Ziel, dann, ähm Oh, scheiße Warte, hab ich die Zauber? So, als erstes zieh den weg Wär 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 Oh, es wird richtig knapp für uns beiden Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwas geiles ziehe, dann mit Anstorn hab ich gewonnen Komm jetzt, den Feuerball, bitte Hm, am Arsch Hast du den Schirr, guckst? Was? Kann ich aber auch nicht sofort platt machen, oder? Warte Doch, ich kann nicht sogar platt machen Ich kann nicht instant platt machen jetzt. Wenn du mich jetzt nicht platt machst. Ah, scheiße. Was soll ich nur tun? Deine erste Anstrumpfkarte hast du am Anfang schon verballert, ne? Hm. Moment, das bringt mir gar nichts. Wenn ich den erst töte, riech damage. Aber ich weiß nicht, wenn ich ihn nicht töte, riech auch gleich von dir zwei damage. Das ist egal, wie rum, oder? Ähm, wenn du jetzt den nicht kaputt machst, dann kriegst du gleich ungefähr sieben Schaden. Ja, das geht nicht. Aber ich kann jetzt nur das machen. Ja, zu mehr damage ist mehr als... Oh, Mann, wie hab ich mir das gezogen, was ich immer haben will, Mann? Oh, Mann, ey, verdammte Scheiße. Könnte böse enden. Weiß, weißt du, was ich auf der Hand hab? Was? Ein Schaf. Ein Schaf. Genau jetzt, wo ich's nicht brauch. Ich hätte irgendwann, irgendeine Scheiße mit zwei Angriff Anstrumpfkarte haben müssen, ey. Wollen wir noch ein drittes Spiel, oder? Pff, ich würd sagen, für die Folge reicht, das ist sehr viel zu lang. Ja, auch ja so. Ja, ich wieder verloren, ich hab noch die eine Aufnahme hier gewonnen, ey. Am Arsch war es die vierte und immer verloren. Na ja, denn trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich seid ihr wieder das nächste Mal dabei, wenn's wieder heißt, Let Battle Heartstone mit irgendwelchen erdischen Lebenswesen. Äh, mit irgendwelchen Schurken hier. Schönen Tag noch, tschüss. Ciao.